Hallo, ich nehm wieder auf. Okay, haben wir auf die Fressen gekriegt. Richtig, schön, zackig, auf die Schnauze gekriegt. Immer! Das gibt's ja nicht, komm schon Reiste zu haben. Komm aus dem Arsch, Junge. Nein, was tun du? Weil ich mich nicht rauskriegen da, aber du kannst nicht schießen. Verstehst du, der hat mich schon einmal umgeblasen. Der Noob. Nicht so. Ja, mir geht grad die Moon aus. Das hat ein paar Lutscher, hast du's gesehen? Pass auf. Was sind's denn hier oben? Da. Lass sie laufen, sie kämpfen bereit, eine gute Mann. Gut. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Keiner Zumpf. Was vom Schiss aus der Hälften? Keiner. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Der Feind hat ein Drohnenpaket. Und nicht alles hat der Feind. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Ich probier mal was, was wir nicht können. Stürmgewehr. Ich habe eine Feindlichkeit in der Nähe identifiziert. Der gibt die Rückentickung. Bleib durch die. Ah, hat er noch nicht gesehen. Feindliche Versänger stehen bevor. Die Versänger versenken Versänger. Beim Versänger. Ja. Ok. Kack. Ich bin bereit. Ich fahre sie nach hinten durch. Und versuche die Scheiß aus dem Paket zu kriegen. Anfrage erhalten. Drohnenpaket ist unterwegs. Anfrage erhalten. Die Hälfte ist geschafft. Weiter. Ja damit. Ich habe was machen mit dem Scheiß. Ich kriege in letzter Zeit nur Scheiße in die Backe. Ja lass mir vorbei. Schaut weg. Ja. Klar hat da einer gecampt. Der Breselz. Blinden das Stück Scheiße. Ich habe doch Stänge. Da muss ich was sagen. Ich habe eine feindliche Drohne in der Armee identifiziert. Wart doch hier, sag ich dir, komm zu mir. Steck dir, Spie. Oh. Achtung. 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 Voll verkackt, Witten. 13, 12, na, positiv geht, fast, lass mal, tschau Leute.